Hallo! So, wir müssen noch rotzende Vieh hier mal kurz killen. Hallo? Boah, du bist zu schnell, ey. So, jetzt... Unsere, äh, anderen drei Team-Members sind schon in den... Ja, sag mal schnell. Raketenwerfer. Und pölen schon fleißig auf den Separatisten-Kreuzer. Ach, super, ey. Super. Alter, komm her. Wo bist du denn, Freund, meiner? Alter, bist du ja schon wieder. So. Ach, nö. Komm her. Ah, super. Komm mal her, komm mal her. Warum treffe ich euch nicht so? Oh, ach, du schon wieder. Aber dich traue ich so, ne? Sicherlich. Ah, ihr Kackdinger, ey. Ja. Grennwahl kann man durch. Na, ich bezweifle es, ja. Oh, one, one. Oh, du ich hier. Na, das sieht doch hier schon mal süppi aus. Ja, ja, warte mal kurz. Mal kurz auf bei mir. Wo willst du hin? Oh, ihr kleinen Drecksviech. Hört auf zu kotzen. Ach, sicher, ey. Ich gehe hier rein jetzt. Ja. Na, super Aktion hier, ey. Super. Kann gerade nicht. Das ist bloß die Tür zu. Oh, super. So, kann ich jetzt mal endlich den Separatistenkreuzer killen. So, da rein, ne? Ähm. Da muss ich schon da nochmal einen rein. Ja, irgendwie lebt das Ding nicht. Treffe ich das Ding überhaupt? Äh, ich glaube nicht, oder? Doch. Ach, da hinten. Na, sag mal da doch. Zack. Wer schießt denn hier noch? Ja, oh, da sind sie. Bam. Jawolle. Schön rein da. Moin, kaputt. Lol. Verschwunden. Ist klar. Ja, super. Verdammt. Neu von mir im Team. Wir müssen sieben finden. Ne, ihr Team nicht. Ich hab... Neue Befehle von den Jedi-Generalen. Räumen Sie das Gebiet. Sofort evakuieren. Und wenn Sie von Meister Yoda persönlich kämen. Genau genommen tun Sie das, Soldat. Und jetzt schaffen Sie ihr Team da raus. Ich zeige auf unsere Befehle. 4-0? Er hat recht, Boss. Wir müssen evakuieren. So, wir müssen zurück. Oh. Epilog. Die Schlacht um Koschik beginnt. Okay. Okay. Hä? Wird mich jetzt auch mal interessieren. Gegen war die Vorruf für eine gigantische Invasion der Republik. Ich hatte Befehlen, Ihnen nichts davon zu sagen. Ha. Ihre Aufklärung. Ihre Daten. Konnte die Operation verifiziert werden. Die Invasion hat inzwischen begonnen. Republikan ist angeschübt mit Vektor 6. Reinde auf Steierbord. What the fuck? Was ist denn hier los? Oh, wo kommen die denn alle her, ey? Hm. Dann erzähl mal. Ich bin sicher. Guck ihn dir an, der Kleine. Boah, Alter. Für Schlachter da oben sind. Oder Angriffskreuzer. Je nachdem. Ah, guck an. Hallöchen. Ja, ich glaube, ich bin schon durch, ne? Ja, sicher. Ja, auf jeden Fall wieder herrlich, herrlich, herrlich. Ist zwar bestimmt schon drei, vier Jahre her, wo ich es durchgezockt habe. Aber gut. Naja. Äh, boah. Ja, deutscher Boy, oder? Hm, egal. Ja, dann beende ich dieses Projekt endlich mal. Bisschen zu viele Folgen rausgemacht. Aber gut. Was soll's. Wie ein Jukatz, ne? Und sag mal, bis denn. Bis denn. Und